Ja, absolut. Auf das wollte ich auch nochmal jetzt kurz eingehen, wie du es gebracht hast. Ich kann mich noch erinnern, ich war dann am Samstag auf einer Geburtstagsfeier, auf einer schönen Geburtstagsfeier in einem Garten und das war alles wunderbar und dann schreibst du mir, ja und übrigens kannst du nochmal checken bei deiner Aufnahme wegen dem Sound und ich habe mir schon gedacht, oh mein Gott, was ist da? Und ich war halt weit weg und habe es natürlich nicht checken können und habe mir gedacht, ja ich kann es natürlich noch checken, aber ich meine, was soll, warum soll es bei mir da sein, wenn es bei dir nicht da ist und damit war es für mich schon klar, okay, das ist schief gegangen und dann war natürlich schon die zweite Überlegung, naja gut, also sicher war ich gleich angefressen und hätte vielleicht, ja weiß nicht, irgendwo dagegen hauen können, aber es war dann halt schon, okay, ich kann nichts dagegen tun jetzt aktuell und ich könnte mir jetzt sozusagen eh oft, das was du jetzt ungefähr so gemeint hast, also ich könnte mir jetzt die Laune verderben lassen und irgendwo in der Ecke sitzen und beleidigt sein, oder halt, und das ist eben dieser wichtige Punkt, es geht glaube ich nicht darum, und das ist so historisch auch nicht gemeint, es geht nicht darum, das wegzudrücken und sozusagen es unter den Teppich zu kehren und zu sagen, das ist nicht passiert und ja, es hat mich auch gar nicht aufgeregt eigentlich und ja, das passt schon alles, es passt nicht, es war wirklich ein Riesending, glaube ich, für beide von uns und auch, ich habe irgendwie die Enttäuschung vielleicht sogar ein bisschen stärker gespürt, weil ich sozusagen aus meinem Fehler heraus auch dir quasi geschadet habe damit, also dem gemeinsamen Produkt sozusagen und ich finde es eben wichtig, dass man das nicht, dass man es nicht unter den Teppich kehrt auf der einen Seite, also dass man es sozusagen annimmt und sagt, ja, okay, ich spüre dieses Ding, dieses Ding, diese Unzufriedenheit, wie es in mir wächst und wie es mich unbehaglich macht und dass man das sozusagen appreciaten kann auf eine gewisse Art und Weise und dann gleichzeitig, wie du gemeint hast, aber davon dann ein bisschen einen Schritt zurück geht und das akzeptiert, dass das, was es ist und dass dich aber deswegen jetzt nicht drei Tage lang ins Unglück stürzen muss, weil es halt passiert ist. Und darum, ja, ich meine, war dann noch ein wunderbarer Abend eigentlich und ja gut, wie ich dann halt zu Hause habe, habe ich nochmal kurz geschaut, um einfach zu bestätigen, ja, okay, das ist leider nicht und dann geht es eben in die Richtung und jetzt möchte ich dann nochmal ein bisschen auf das Wort eingehen, dann ging es schon relativ schnell, okay, wie können wir das verhindern, weil wir können ja nicht einfach beim nächsten Mal jetzt hoffen, dass das besser geht und das nicht passiert. Und darum gefällt mir übrigens Notfallsplan so als Wort für das, was wir da ein bisschen denken und ich glaube auch so, wie es Jocko sieht, nicht so gut, weil Notfallplan, das klingt so nach dem einen Ereignis, was irgendwie dann ein Notfall eben auslöst oder ein Notfall ist und ich finde viel wichtiger ist, es können noch mittlere und größere und kleinere Schritte schief gehen und auch für die könnte man entsprechende Überlegungen treffen, was man als Alternativen dann macht zum Beispiel oder was man dann für Maßnahmen setzt etc. Und auch wenn es ein fürchterliches Wort ist auf Deutsch, aber dieses in Eventualitäten zu denken, gefällt mir da eigentlich viel besser und zu sagen, okay, wenn das Video ausfällt, das Risiko nehmen wir im Kauf, weil zur Not, weiß ich nicht, machen wir halt ein Standbild oder es gibt noch immer den Podcast. Wenn der Ton ausfällt, das können wir nicht akzeptieren, weil dann hört man uns halt nicht, das wäre blöd. Also brauchen wir ein Backup-Gerät, mit dem wir vielleicht in nicht so guter Qualität wie mit dem primären Mikrofon, aber halt doch irgendwie noch ein Produkt auf die Beine stellen können, was man sich zur Not anhören kann. Und wenn, wie du sagst zum Beispiel, das Internet komplett ausfällt, ja gut, ist nicht so ein Problem, weil dann merkt man, dass es ausfällt und dann ist halt das Gespräch an der Stelle mal fürs Erste beendet und vielleicht geht es dann in einer Viertelstunde wieder, dann können wir weitermachen oder wenn es für den ganzen Abend ausgefallen ist, ja gut, dann haben wir halt ein Pech gehabt und müssen halt schauen, ob wir es beim nächsten Tag fortsetzen oder wie auch immer. Auch alles vertretbar, kann man alles tun, kann man irgendwie entsprechende Maßnahmen setzen. Und ich glaube, wenn man mit diesem Mindset reingeht in viele Projekte oder in viele, es muss nicht unbedingt ein Projektkontext sein, ja, es geht auch viel um Arbeit, die einfach ständig stattfindet. Also ich meine, du musst, was weiß ich, was produzieren oder du musst Aufträge bestätigen oder du musst Montagen durchführen oder du musst Dinge reparieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und überall könnte dir was passieren, wenn du auf Montage fährst, könnte dein Auto liegen bleiben oder du könntest den Werkzeugkoffer vergessen haben oder du könntest ein Werkzeug vergessen haben und du könntest das Material, was du brauchst, nicht mithaben oder der Kunde könnte nicht da sein oder der Kunde hat vergessen. Also es gibt so viele Schritte am Weg dorthin und da gibt es, puh, da fällt mir jetzt den Namen nicht ein, gibt es ein paar schöne, ist nicht dieses Fischgräten-Diagramm, wo man das so ein bisschen skizzieren kann und aufzeichnen kann, was für Dinge sozusagen passieren könnten. Und wenn man einfach einmal hergeht und sagt, okay, das ist sozusagen mein Prozess, jetzt im weitesten Sinne muss ja gar nicht ein konkreter Prozess sein, ja, aber wirklich einfach mal, okay, das sind die Schritte, die erforderlich sind, damit ich erfolgreich bin. Und das ist oft, so ein Montagethema zum Beispiel ist wesentlich leichter, ne, du kriegst den Auftrag, musst dorthin fahren, setzt dich in dein Auto, fährst dorthin, sagst hallo, wo ist denn das Problem, schaust dir das an, reparierst das und fährst wieder im Idealfall, ne. Und wenn du an so einem Beispiel das mal durchgehst und sagst, wie ich jetzt schon eingangs gesagt habe, okay, dein Auto könnte nicht fahren, aha, interessant, ja, dein Mobiltelefon könnte kein Akku haben, okay, das wäre vielleicht auch blöd, kannst nicht mit deinem Büro telefonieren, der Kunde könnte nicht da sein, weil er nicht weiß, dass der Termin heute ist. Also, du hast dein Material nicht mit, du hast dein Werkzeug nicht mit und letztendlich kommst du nicht mehr nach Hause oder irgendwie so halt, ne. Und für alle diese Dinge könnte, oder nicht eben für alle, aber für viele dieser Dinge könnte man diese Eventualitäten schaffen, ja. Du hast dein Werkzeug nicht mit, okay, ist blöd, aber hättest vielleicht vor dem Losfahren einmal schauen müssen, ne, das ist immer bei einer Checkliste, wie sie Piloten und Ärzte verwenden. Dein Auto geht nicht, okay, schwierig, ja, na, vielleicht eine UMTC-Mitgliedschaft oder sonst irgendwas würde helfen, ne. Du hast dein Ersatzmaterial nicht mit, ne, das ist schlecht, aber vielleicht könnte man in dein Auto einfach immer fünf Stück von jedem legen, was irgendwie so gängig gebraucht wird. Und dann hast du zwar dein eigenes mit im Idealfall, aber wenn du es nicht mit hast, hast du nochmal fünf Exträge dort liegen, ne. Kunde ist nicht dort. Ja, das ist ein Thema und viele Ärzte zum Beispiel sind dir übergegangen und schicken dir am Tag davor eine Terminerinnerung per SMS. Und das finde ich super, weil ich meine, das kann immer mal passieren, ne, dass man irgendwie, was weiß ich, ich weiß nicht, du hast da nicht auf Speichern gedrückt, weil ich gerade wer angerufen hat, oder sonst irgendwas, hast du den falschen Termin eingetragen, etc., ne, mit so einer netten SMS, kein Problem, ne. Und Kunde ist dann hoffentlich dort, ne. Und, und, und so halt, also ich glaube, es ist relativ klar, wo ich hinaus möchte, ne, also so durchgehen gehen und zu sagen, ja, okay, dieses und jenes und vieles von den Sachen sind ja super einfach und, und würden auch meistens nichts kosten. Ja, also geht es einfach darum, anstatt, dass ich zwei Schrauben mitnehme, nehme ich halt fünf Schrauben mit, weil vielleicht, weiß nicht, war einer verbogen oder sonst irgendwas, ne, und schon klappt noch immer alles. Und, oder so wie wir jetzt tun, ne, wir lassen ein Backup-Aufnahmegerät legen, mitlaufen, ne, der Einzige, was das kostet, ist, daran zu denken, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, in diese Denke hineinzukommen, das habe ich zwar jetzt, glaube ich, schon gesagt, aber, ja, einfach, einfach, das mitzudenken, im Sinne der Extreme Ownership, um da noch einmal auf Jocko Willink zurückzukommen, ja, einfach zu sagen, ja, es ist eben nicht Zufall, ob das hinten nach du erfolgreich warst, sondern, wenn du das sauber durchgedacht hast, dann, dann hast du auch an sowas gedacht und dann ist die Chance, dass du hinten liefern kannst, also deliveren kannst, also erfolgreich, erfolgreich sein kannst, wesentlich größer.